Moin und Willkommen zu einem weiteren Folge von Let's Play Pokémon The Heart's Ghost Die Musik ey Das nicht Die Musik nehmen wir mal, die ist geil die gute alte Seno-Re-Re-Re-Region Beliebter Angelplatz ein Achtu, ein Achtu, 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 ich weiß Antikraft noch ein Achtu Antikraft weg Ich hoffe, wir haben hier eine Prognose-Arener geschaffen. einfach leute nebenbei wir sind wie ihr seht zum ende vom hard gold kommt halt auch schon die ersten folgen von den neuen pokémon vollkosten machen egal hält er durch ja aber nicht nur hält durch ja genau hält nicht der wird leute freundlich durchhalten sondersensore und gewonnen da geht da geht es nach voran ja wenn wir es nach dem fuchs anja da gibt es mich hier über route 19 rote 20 über die zenova insel alabastia rote 1 mit anja gute zwei moria city und dann azuria ok wir heilen hier kriegt man die dinge die profi angel super angel hat wirklich die profi angel so ha das ging wirklich Loll Verdammt Camper Mogilbaum Oh oh Mogilbaum Steinhagi online Ich versuche heute mal bis zu Alabastia zu kommen Wow, die erste Person aus Kanto, die mich nochmal austauschen will Nein Nein, war doch klar Den Bamelin Wir hatten Bamelin Da kommt auch Sinn hoch Nice Camper Den Camper haben wir besiegt, das müssen wir zum nächsten Da ist noch ein Wanderer Ja, nice Wanderer Sensor Die Picknickern Tschüss Ah, verdammt Das ist ein Vorgefänger Ein Habitat gegen den Ho-Oh Dabei kann Ho-Oh eine Steinattacke Antikkraft Nice Die Windräder sind so laut Die Windräder sind so laut Ja, sie sind so laut Ja, aber nicht Ich bin mir in denorten Ja, aber nicht Ich bin mir in denorten Ja, das ist mir in denorten Ist mir einer Ich bin mir in denorten Dann gehen wir an die Treppe runter. Ah, nice. Nein. Nidorino. Mann, die bringen keine Fang vom Pferd. Ah, das geht so fach. Und dann werden wir wieder lang wieder. Zwillinge. Das ist ein Molot. Sonder-Sensore und Donner. Es ist Boden. Sonder-Sensore und Donner-Sensore und Donner. Wetter-Tanz trifft Nice und weg. Doppelte Effektivität Wasserboden. Oh. So, noch AP Plus. Nice. Leute, Feuer können wir da nicht einsetzen. Oh, jetzt geht's nochmal Moria. Ja, nicht Moria. Fuxania. Ja, willkommen im Fuxania City. In der nächsten Folge müssen wir dann nochmal zum Tour, 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 Tour. Äh, wie heißt das? Das ist die Arena von Fuxania City. Dort geht's dann weiter Richtung, äh, Znova-Insel. Einfach machen wir die Arena von... Guck mal, ob es kommt wegen Arena. Ne, Seeschaum-Insel. Ah. Fuxania ist... Es ist... Es ist... Gift. Pokémon... Typen... Tabelle... Äh, da haben wir die wieder. Den Typen, Tabelle, den ich auch wieder der Zeug genutzt hab. Jungen, die, Roll, äh, so, nochmal kopieren. Gift. Boden. Zichur. Ho-oh. Krass, der will wir Ho-oh einsetzen. Seeschaum-Insel. Und jetzt geht's einfach zur, zur, zur Arena. Krass, der will die Trigger-Arena. Oh nein. Oh nein. Ich bin nicht vernünftetig, wie in meinem Kopfkopf. Ich bin nicht verletzt, dass er das ist. Ich bin nicht verletzt. Ich bin nicht verletzt. Ich habe den Kopfkopf gemacht. Ich bin nicht verletzt. Ich habe den Kopfkopf gemacht. Das ist aber auch eine coole Arena. Aber ich finde das mit den Lichtbarrieren kacke. Ah, das war klar. Kill. Nidoking, Alter. Nidoking habe ich glaube ich auch noch nie gehabt als Pokémon. So, der auf den 8. Köln ist die Folge, Alter. Das Zinsplay hat schon mehr Folgen als Pokémon. Haha, war mir klar. Aber die kämpfen dem IG immer gerne mit. Oh, Duplo. Pflanzer. So ist der Feuer. So ist der Feuer. So ist der Feuer. So ist der Feuer. Giflor, Feuer, hallo der Feuer. Äh, die Arena will ich sehr vergewöhnlich für noch machen. Ah, 50, nice. Das ist die Arena, das ist nicht die Arena, das weiß ich, weil die hier holt und dann die Arena drin ist. Ha! Ha 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 ha! Ein Polkman von Titel, ja. Oh, das war dann halt. Nur Brabken. Komm, hör oren. Hör oren Crystal in. Das ist doof. Kopf genehmigt, war klar. Oh, komm, wir sind unsere Hilfe, letzte Rätung. Wir brauchen dich für die Arena. Hält wieder durch. Hält wieder durch. Hält wieder durch. Masse. Und sieh, wie diese Arena Musik, ey. Smog on. Kriegen wir den. Smog Mog, eher gesagt. Mal gucken, ob wir noch in dieser Folge zum Dschirm kommen, wenn wir den kommen. Na da 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 da... Da 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 da... Da da da... Daaa. Michelle,IA Daßa. Fuck, fuck, fuck off. Amidah, amidah. Hm, 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 hm. Nächste Punkt, man weggehauen. Für die nächsten zwei Arenen, für zwei, also jetzt haben wir gleich schon wieder einen weiteren Orden. Oh, mod, sicher. Aber können wir auch die Steinen ansetzen. Nein, oder? Das ist ja schon mehr. Kein Tierkraft. Aber da leugt die Backe auf. Gute Kampo Surfer Mal gucken wie wir rausfinden 12.000 Nice Seele in Orden Orden Nummer 12 müssen es sein Ja 4 Orden haben wir noch vor uns Dafür müssen wir raus Oh man die feine Musik sogar Musik sogar Ja nice Ein paar Leute Vielleicht haben sie schon gemerkt Dass der Pokémon X schon angefangen hat Weil es das Nachfolgeprojekt quasi ist Ja Mal gucken was noch alles kommt Oh nein Wir kommen da nicht durch Oh nein Können wir doch erstmal Misty machen Oder wir versuchen mal von der Siegerstraße aus hin Wir machen doch erstmal Misty in dieser Folge Missy dürfte relativ easy sein Schei der mist geht immer nicht unsere akadienzucker kam es 34 seitdem es entwickelt haben wir das liebwürdig vom kampf eingesetzt früher hat uns eigentlich für arsch gerettet aber jetzt nicht mehr das liegt ja nina nein ich komme ganz kurz pokofilter hat gott so 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 Musik Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir langen müssen Nein, oh, ich bin in die falsche Stadt geflogen, ich Idiot Wir müssen nach Lavagna Was war denn jetzt für die Diderstadt? Hm Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, Leute Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Ich guck mal, wie es weitergeht Bis dahin, Leute, ciao Ciao